Hallo und WB und wer die letzte Folge gesehen hat, hat gesehen, dass wir verkackt haben, aber ich lasse mich nicht unterkriegen, ich bin Dumbledore. Hä? Zeit wann? Hallo und WB, das wollte ich eigentlich sagen. Ja klar, what the fuck man? Ja, siehst du, er versteht, er versteht diesen Pain, den Ärger, den Grund. Den Grund, alles Bösen. Ja. Oh, was ist das? Ja, what the fuck? Blutzacker habe ich. Der sackt bestimmt Blut. Ja, wenn der Gegner tötet, kann er dir ein rotes Herz ein bisschen. Das ist geil. Aber nur wenn er ein Gegner tötet. So, Blutzacker, töte mal diesen Gegner bitte. Der macht gar nichts. Der steht da die ganze Zeit rum, macht gar nichts, hätte ich bloß gerierollt. 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 Drei fliegen und da ist nicht so einer hingegangen. Bist du zu fein dafür, ne? Arsch. Ich bin wieder so fucking hart angepizzt. Was das für ein behindertes Scheißraum war. 50 Leute mit Bomben im Kopf, die auf die Zurellen. Kannst gut ausweichen, nämlich gar nicht. Diese Larve scheint den Einteil von Gemini anzugreifen, aber der macht keinen Schaden. Ja, toll. Jetzt ist Gemini zwar tot, das nützt uns aber auch nicht viel. Oh, tatsächlich. Er greift ihn an. Gut, Larve. Gut. Du bist es. Du bist ja gut. Hä, was macht denn die weiße Spritze? Erst mal meine Stats angucken. Okay. Weiße Spritze genommen. Damage und Range up. Das ist ne geile Spritze. Da steckt mir ne Spritze im Arm. Und dann, Leute, ab nach unten. Ja, es läuft doch. Es läuft doch. Man muss nur wollen. Und meine, meine Larve hat sich jetzt entschieden, mir zu helfen. Sie unterstützt mich hart. Mann, ja, darauf so ne Scheiße zu haben. Uh, da ist zum Beispiel ein Tinted Rock. Ackerart ist gar. Was, das wollte ich weiter gelassen? Uh, ein Tinted Rock. Ich hab keinen Schlüssel. So, jetzt fängt der Run an, mich anzupissen. Wie kann es sein, dass ich keinen Schlüssel hab? Kann es sein, dass ich immer noch keinen Schlüssel gedroppt hab? Wie kann es sein, dass die Larve nicht erreicht im Leben? Was läuft eigentlich bei dir schief, Larve? Nicht erreicht? Keine Familie? Warum juck dein Finger? Wie kann der dein Finger jucken? Weiß ich nicht. Aber das ist das Schlimmste, wenn du ein Tick spielst. Das ist richtig. Oh, zwei Bomben. Super. Bandage Boy Girl. Oh, Super Bandage Boy Girl ist richtig geil, dies. Man. Diesen Man. Na, das? Hören wir auch mit Man. Geil. And even if I try, I say goodbye. Na, 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 na. deine Mutter fängt an zu klauen. Dein Vater tut es auch. Oh Charlie Brown. Ich hole mir Münzen. Ich hole mir Münzen. Und vielleicht hole ich mir ein HP Upgrade. Leider nein. Leider nein. Aber dafür. Childsart. Childsart hat sich bestimmt scheiße. Spinnen. Komm mit Larve. Wir brauchen unbedingt noch Schlüssel. Ich gehe nicht ohne mein Item hier weg. Komm mir nicht mal in die Hand, weil die nur Spinnen spawren. Ja danke, dass du eine große Spinne gespawnt hast. Gucken wir mal. Ein Schlüssel bitte. Ein Schlüssel bitte. Ich will doch nur einen Schlüssel, Mann. Ein Schlüssel, komm schon. Ein Schlüssel. Alles auf rot, alles auf rot. Explosive Diarrhea. Ach fuck. Ja, aber du bist noch da. Komm schon, Schlüssel bitte. Nicht Flylock. Flylock. Jetzt. Was? Ich kriege nie Flylock direkt beim ersten Mal. Ich wollte es doch nur einen Schlüssel. Jetzt ist er auch weg. Toll. Oh, so scheiße auf den Kopf. Meine nächste Hoffnung ist, dass hier der Geheimraum ist. Der ist bestimmt, wenn dann da oben. Wenn der Geheimraum hier ist, bin ich glücklich. Wenn nicht, heulich. Oh mein Gott, ich bin glücklich. Oh mein Gott. Das heißt, ich glaube, ich kenne den Nichts, Leute. Das heißt, ich kenne den Nichts, Leute. Trials of Tears. Naja, das war jetzt nicht so das Item. Ich hätt's doch rerollen können. Och, gay. Nichts, dass ich was gegen Schwule hätte, aber gay. Hast du dich da fast doch mal gut rausgeredet. War das nicht? Habe ich mich da nicht rausgeredet? 10. Ach, Quatsch. Ja, dann würde ich sagen, wer ist der Boss? Natürlich Dinge. Who's the boss? Du, 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 du. Wie wär's mal, wenn du Haufen Scheiße den angreifst? haben wir nicht vor warum verfolgt ihr mich eigentlich nicht sonst verfolgt mich auch immer geht doch ach so ist klar und dann werde ich ja noch getroffen gekonnt ausgewichen um ein range ist auch ziemlich hoch chopsticks weggerollt hp upgrade das ist immerhin besser als chopsticks appel nach unten wer hat denn da in die hose geschissen war es etwa isaac aber bruder wie kannst du so etwas behaupten milchmann oh mein gott larry junior und seine gang sein kleiner behinderter brauner bruder das steht da einfach warst du bist aber geil oder wurden hier kommt der wurm ich brauche immer noch ein schlüssel davon mal abgesehen hey wie konnte mich das denn jetzt treffen ist klar bist du immer auf der spur sag ich nur habe alarm 1080p man 1080p das gibt es bei keinem meiner videos bei minecraft macht mein rechner nicht mit warum auch immer die wahrscheinlich an den ganzen mord ja ja war danke aber an dieser stelle wenn pc hast ja war einfach ja ich habe quasi wie viel gigabyte arbeitsspeicher zehn gigabyte glaube ich und es nimmt einfach acht es nimmt einfach komplett acht weg da werde ich das nicht mehr auf holen da kann ich nichts mehr offen haben dann nehme ich habe ich noch mal ein hier aufnahmeprogramm offen ja wieder 1 1 die arbeit dingen zwecken dann bleibt und nicht mehr viel übrig ja klar ja klar und bei isaac ist das was anderes als er gesagt war also ich habe die kürze immerhin bist du bei den griffen waren nein nicht salomons jetzt bin ich einfach über die starren gegangen er diese die ihren kopf raus stecken und schaden zu machen man das doch abgefahren nur hab den getroffen man warum habe ich überhaupt flylauf gekriegt da müsste ja eigentlich diese fliegen mehr auch nicht mehr angreifen ich bin doch der könig der fliegen also diese bomben fliegen greifen mich auch nicht mehr an ja warum habe ich nicht vampire love das sind doch die abgefucktesten räume du kommst den raum ein denkst du ja ist klar und ja klar ist klar ja die können aber nur fliegen spam und fliegen sind meine freunde die sehen aber nicht so aus als wären die meine freunde die reifen mich trotzdem an wofür habe ich eigentlich flylauf wenn die einen fick drauf geben ich wollte aber nicht den boss ich habe immer noch keinen schlüssel ja aber es hat auch nichts mit schwierigkeitsgrad zu tun wenn ich keinen schlüssel getroppt bekommen was ist denn das ja doch ja das ist einfach nur abgefuckt das ist einfach nur eise kann auch ohne schwierigkeitsgrad einfach keinen schlüssel bekommen oh und dann sind das diese typen mit ihren ausfahrbaren köpfen wieder kein schlüssel ich raste aus wo ist denn das pferd den haufen scheiße wo ist denn mein pferd habe ich bei ebay verkauft war günstig ach du scheiße im wahrsten sinne des wortes ein raum voller scheiße winter ist coming in your face ein schlüssel meine fresse was ist denn daran so schwer dieses zilberne stück scheiße ja immer noch keine toll toll geil ist hier vielleicht der geheimraum das ist tatsächlich der geheimraum jetzt habe ich überhaupt keine bomb zwei schlüssel in dem geheimraum ich raste aus ey scheißdreck ist doch einfach scheiße und was ist in diesem fucking raum drinnen book of fucking cook wegrollt das auge inner eye triple shot so jetzt reich jetzt bin ich jetzt bin ich opa das war einfach nicht das war das anarchistische cock book das anarchistische cock book oh ich könnte meinen letzten schlüssel dafür opfern um in den shop zu gehen auf der hoffnung dass da was geiles drin ist aber frag mich mal ob ich insane bin ja ich bin behindert hä da waren zwei türen die man aufschließen kann ich bin behindert ja habe ich doch auch gehabt nur nicht halb lange nein ich hasse die mini gurdis und den richtigen gurdi hasse ich auch lol ah jetzt der tod blödes arschloch so alle meine stats werden ich glaube nicht dass ich diese stats ich habe vier angriff als ob ich am ende wieder vier angriff habe ach ich stehe hier vor einer harten entscheidung vier angriff zu verlieren wäre echt hart aber was könnte sich noch ändern ach weißt du was das ist eisek ach ich habe immer noch vier angriffen das hat sich gar nichts geändert doch ich schieße langsamer wer hat gerade handelbar gekauft der biesten abonniere zu bieten da kommen keine videos da kommen keine videos das ist egal das ist egal ich bin dreimal in dem selben kopf gelandet ich mache hier einfach randale ich habe fly love die fliegen dafür gar nichts zu ich bin der meister ich kann doch auf auf mario kart auf mario kart ja lass mal mario kart für ding ins spiel für ne für imulator das ganz erste obwohl du kaum charaktere hast da bist du ein scheißverderb das ist ein richtiger scheißverderb für Wii habe ich das nicht hab mir das nie geholt ja ich habe brawl und da hören meine Wii spiele auch schon auf ich habe die Wii spiele nur für brawl gehabt ich habe brawl meine komische Larve ne macht nichts und jetzt kriege ich in einer Tour Schlüssel obwohl ich Bomben brauche ja komm das hat nichts mit Schwierigkeit zu tun das ist einfach nur abgefahren so und jetzt möchte ich ein gutes item mit Bomben und so hat mir richtig viel kohle gemacht und wir kommen zu ja besser als der Verhältnis Brille nö wenn wir den Abwehr kann nicht wieso ist meine love eigentlich schwarz und die anderen weiß rassentrennung deluxe ja das hässliche entleihen kennst du ja komm wo ist denn das wer eine bombe fleiß die grüne scheiße hinter sich her zieht wo ist das herrscher weiß ich nicht aber ich bleibe jetzt hier einfach stehen auf der hoffnung wer trifft mich nicht weil seine fliegen mir keinen schaden machen ja hier wäre doch nicht nötig gewesen wäre echt nicht nötig gewesen zumindest greifen mich ein paar fleißen nicht mehr an und der blaue pilz ab hier ist ab schaut wieder und es ist egal man schaut wie bei eh schon so langsam da hat sich das auch jetzt nicht wirklich auf mich ausgewirkt jetzt ist die frage ich habe fünf bomben vier schlüssel da geht es einfach weiter es geht einfach weiter leute da darf man einfach manchmal nicht die fresse aufmachen und da kommen die höschen von oben geflogen kommt die höchste die bewertet drop the panties panzo 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 rein ach du meine güte 1000 1000 talle Tombees so hä mein kackhaufen auf dem kopf ist weg dafür habe ich jetzt dizzy dizzy hat wow oh mein gott schwarze teufelsaffen wie kann es eigentlich sagen dass ich noch keinen schlüssel gekriegt habe ich habe fucking hamburg bundel ja deswegen hätte ich dir ein ach du meine güte das lohnt sich gar nicht für zwei schlüssel fünf bomben sorry da kannst du sagen was du alter fucking bauchnabel noch zwei herzen es wird doch wieder nicht weil sie denken doch ich kann das spiel gar nicht ja ja ist klar was kriege ich denn jetzt auch ein raum mit den geistern meinen meinen fucking golf macht auch nichts golf natürlich ich wurde von larry junior getroffen und dann ja klar wohl eher larry halt die fresse andere pilz der macht damage ab hey wo fährt das ding denn lang was war das für ein komisches ding das ist nicht seine wege gegangen natürlich ich habe ein herz und ich komme in den raum mit zwei mini girdies habe es überstanden denn ich ziehe die weiße spur der soße hinter mir her das ist jetzt nicht so das item was habe erwartet hier in dem raum ich kaufe mir jetzt tatsächlich für drei dollar ein herz manchmal muss man im leben einfach abstriche machen und das war wahrscheinlich eine richtige entscheidung denn hier ist wo ist persönlich das deutsche fährt krieg und mehr cool der fügt sich selber mehr schaden zu als ich ihm oh nein die bomben die schlimmsten also die bomben sind die schlimmsten die sich verfolgen ja mach was mein kleiner schwarzer freund homie jo ne den roll ich weg ich habe lieber habe lieber diese pinzette als fliegen für zwei herzen gebongt scheiß auf mein leben ich bin jetzt lord of the pit kann ich noch irgendwo irgendwas abholen da vielleicht ja leute da muss jetzt auch mal backtracking sein weil wer fliegen kann ist klar im vorteil und den möchte ich auch ausnutzen da sind zum beispiel extra bomben für mich wer fliegen kann ist klar im vorteil selbst bieten behauptet das so und bieten hatten damage und range up gehabt und das ist jetzt nicht gerade so das womit man angeben kann das ja ja was ist passiert ja karmat zugeschlagen so wird es aussehen oh jetzt habe ich aber auch genug schlüsse das leben ist einfach fair manchmal manchmal ist das leben fair ja warte mal ein aufmerksames auge hat vielleicht das x da gesehen gut ja jetzt läuft noch keine hartz-IV meinst du kein pony also wenn ich eines tages aufwachen würde und hätte hartz-IV ich weiß nicht wie ich darauf reagieren würde wahrscheinlich würde ich tanzend auf dem grab zipsub zipsub ich weiß nicht was ich von zipsub halten also ne schrott-pilgrim leben oh mein gott fliegen ist einfach so der segen auf erden b nomb justice nö 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 Also wenn das nicht der D-Tramp hier ist, hat mir immerhin ein Soulheart gebracht, der noch nicht mehr Spiel ist. Ja, mal hin. Ich werde schon wieder sinnlos getroffen, das ist sinnlos. Liegt aber auch schon wieder daran, dass meine Schüsse so abspasten. Ja, er hat keine Chance gegen mich, unser Freund. Kommt nämlich nicht an mich ran. Oh, siehst du mich nicht? Tut mir leid. Manchmal ist das Leben einfach nicht fair. Manchmal ist das Leben einfach blöd. Manchmal ist das Leben einfach anders. Alles anders. Oh, ich wurde getroffen. Manchmal bin ich auch einfach blöd. Und da ist er tot. Das war ja nicht mal ein Boss. Wäre doch nicht nötig gewesen. Wäre doch nicht nötig gewesen. Von vier Pillen habe ich gerade drei negativen. Dankeschön. Wäre doch nicht nötig gewesen, Biesten. Ohne Karte. The Emperor. Challenge me. Da komme ich direkt zum Boss mit. Das war mal was Feindes. Wenn ich Bock habe, zum Boss zu kommen. Zwinker. Dead Quality Subs. Yo, Pa. Jetzt ist wieder 21 Uhr. Ich fange wieder an zu legen. Echt? Warum ist das getimed, ey? Ja, weiß ich nicht. Wie ein Tag meint, dann füge ich einfach an zu lenken. Das ist ein paar Minuten. Sorry, aber... Ist einfach so. Das Leben ist einfach so. Die Bibel. Was? Wenn ich die Bibel hätte, wäre ich der glücklichste. Ich habe das Gefühl, ich werde krank, aber ich bin gesund. Hä? Ich habe das Gefühl, du bist krank. Im Kopf. No. No homo. Hä? Jetzt warst du aber rassistisch. Oh, ich habe tatsächlich I can see forever. Aber wo ist der Geheimraum? Da. Kann ich dir noch sagen? 48 Stunden Energie. Half down. Oh, cool. Raum mit zwei Treubomben. Das ist Qualität. Explosive Diarrea. Aber da ich für immer sehen kann, muss ich auch noch so einen Geheimraum finden. Und ich muss auch noch meinen Itemraum finden, in der Hoffnung, ich kriege ein geiles Item, was ich zweimal rerollen kann. Und das ist schon krass. Balls of Parking. No homo. Was drauf ankommt. Oh, Geld. Da ist mein Itemraum. Und den reroll ich. Reroll kann nur drüber. Und den werde ich auch rerollen. Ich möchte diesen komischen Geist nicht. Blöde. Hässlige. Wo ist denn meine 48 Stunden Energie, ey? Ich bin auch übelst langsam, muss man dazu sagen. Alter, mein... Au. Mein Hals tut voll weh. Was ist das? Oh, ne, das ist bestimmt Monstrus Lunge. Mir sieht aus wie ein... Verwechselt das immer mit den anderen Alten. Ach, fuck. Das war Monstrus Lunge. Ah, ich hab's trotzdem genommen. Run versaut, Leute. Ich muss jetzt immer meine Attacken aufladen und... Wer will das schon? Jetzt muss ich einfach nur noch hoffen. Ach so. Und so lange lade ich auf und dann... Dann lade ich wieder auf und dann... Alle tot. Ding, dong. Komm, lass sie an. Blablablablablablablabla, ding, dong. Wenn das nicht die Götling sind. Für 15 den Stecker. Ich nehm den Stecker mit, ey. Warum nicht? Was macht der überhaupt? Der reladet dein Ding ins, halt wenn du Schaden nimmst. Ey. Also die 9, sozusagen. Ja, aber nee, irgendwie anders. Ich glaube, du musst halt bluten. Es kann auch sein, dass du einfach nur Gegner töten musst und die, wenn die bluten, ne? Reload. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert das irgendwie so. Hey, wie die Mutter? Nein, nicht gerechnet. Aber es geht, das ist die rote Mutter. Die rote Mutter ist nicht so abge... Äh, anscheinend bin ich getroffen. Ja, wobei die ein... ...Stritt hat, der kommt irgendwie extrem zu selten. Und der packt mich jedes Mal wieder. Darauf komme ich nicht. Weil der einfach so spät kann. Ich die ganze Zeit, der kommt da, der kommt da, ne? Der kommt da nicht. Alter, ohne monstros Lungen wäre die bestimmt schon tot. Und dann würde ich auch vielleicht mal treffen. Ja, du könntest doch bitte aufhören. Fünf Grandfather Flights auf einmal kacken. Scheibe ich das jetzt wieder nicht? Wegen der fucking Lunge? Ja. Ja, wie soll ich die denn da treffen? Alter, ist das nachgefuckte Raum. Die ist schon längst wieder oben, wenn ich meine Lunge ausspucke. Was bist du mit diesen Raum-Layouts geworden, ey? Warum packen die eigentlich nochmal her da? Richtig dreist. Immerhin tretet die manchmal auf meine Larve und kriegt dadurch Schaden. Immerhin. Ich hatte das Gefühl, die kriegt auch einfach so Schaden. Was? Oh mein Gott! Ich bin gestorben! Ohne Grund, Leute. Das war's. Diese Folge ist kacke. Hehehe.